Ja, erstmal bin ich mega happy, dass es endlich geklappt hat und war ja doch alles sehr schnelle Entscheidungen, die da getroffen werden haben müssen. Und auch mit der Reise, das war ja doch auch alles ein bisschen umständlicher. Aber zum Glück hat alles geklappt, ich bin mega froh und freue mich jetzt auf eine gute Zeit hier. Heute beim Training, alle empfangen, kennengelernt und war relativ entspannt. Alles entspannte Jungs, hat Spaß gemacht, die erste Einheit. War ja auch ein bisschen Abläufe kennenlernen, aber jetzt von der Intensität her nicht so anstrengend zum Glück, weil wir morgen ein Spiel haben und von dem her ein paar Abläufe kennenlernen und dann morgen hoffentlich einen guten Test machen. Wir waren ja auch mitten in der Saison oder sogar schon fast zum Ende hin. Es wären noch zehn Spiele zu spielen gewesen. Von dem her denke ich schon, dass ich ganz gut im Saft sein sollte. Und ja, ich bin da, ich bin bereit und freue mich, mit den Jungs am Platz zu stellen. Ich denke ganz entspannt eigentlich. Ich habe ja jetzt auch vor kurzem mein erstes Kind bekommen. Das hat natürlich auch noch mal einiges verändert. Habe ich auch leider lange Zeit nicht gesehen, da ich ja eben weg war in Korea. Und von dem her probiere ich jetzt natürlich viel Zeit mit meinem Sohn nachzuholen und mit meiner Frau. Dann kommen auch hoffentlich bald meine Hunde nach und von dem her bin ich da eher ein ruhiger Typ und genieße die Zeit mit meiner Familie. Bis zum nächsten Mal.